eigentlich jeder von euch würde mir zustimmen wenn ich behaupte eine handvoll freunde ist wertvoller als 100 flüchtige bekanntschaften echten freunden vertraut man echte freunde bringen einem freude echte freunde bringen einem halt und echte freunde werden mit der zeit wie eine richtige familie doch warum können die meisten menschen dieses prinzip nicht auf materielle dinge anwenden wir behalten alte dinge die wir gar nicht mehr brauchen wir gehen shoppen einfach um spaß zu haben und dinge zu kaufen die wir eigentlich gar nicht wirklich wollen und von denen wir genau wissen dass uns die nach einer gewissen zeit gar keine freude machen ich sehe menschen auf ihrem smartphone scrollen durch amazon und co ohne zu ohne genau zu wissen wonach sie überhaupt suchen ohne genau zu wissen was sie da überhaupt suchen nur um einfach irgendetwas zu finden was sie dann kaufen können was wäre wenn du alle dinge aussortiert die du einfach nur besitzt um sie irgendwie zu haben ohne dass du sie eigentlich wirklich brauchst oder irgendetwas benötigst ich spreche nicht von den dingen die du wirklich liebst die der tag für tag irgendwie freude machen oder die du irgendwie anschaust und sie machen dir wieder freude und sie geben dir ein gutes gefühl von den dingen rede ich nicht ich rede von den dingen die belanglos in irgendeiner ecke rumliegen und die du vielleicht schon seit jahren nicht mehr angerührt hast und diese trotzdem noch besitzt eigentlich brauchen wir nicht viel um glücklich zu sein denn wir haben das meiste der dinge schon in uns die uns glücklich machen können wir alle kennen folgenden satz die schönsten dinge im leben kann man mit geld nicht kaufen jeder von euch da draußen hat diesen satz schon mal irgendwann gehört oder möglicherweise irgendwann gesagt und es wahrscheinlich auch schon irgendwann mal gefühlt dass es so ist dass du die schönsten dinge nicht mit geld bezahlen kannst was wäre also wenn du endlich mal aufhörst dir dinge zu kaufen die du gar nicht brauchst einfach nur in der hoffnung dass sie irgendwie auf irgendeine art und weise dein leben schöner machen bringe endlich den müll raus sortiert den kram aus den du nicht mehr brauchst räum dein haus auf räum deine wohnung auf wollen dein auto aus alles was du nicht mehr brauchst du es weg räum es beiseite all die dinge die du besitzt besitzen irgendwann dich und desto mehr unordnung du in deinem leben hast desto schwieriger wird es irgendwann für dich desto komplizierter wird es in deinem kopf weil du 1000 dinge besitzt aber nichts davon ist für dich von wirklicher bedeutung also such dir genauso wie du es bei freunden hast wenige dinge die du wirklich brauchst die dir wirklich freude machen die du wirklich liebst die du einfach in dein herz geschlossen hast und deswegen nicht mehr weg gibst aber trenne dich von dingen die einfach vollkommen überflüssig sind die einfach nur ballast sind die du mit dir herum trägst so etwas brauchst du nicht reise mit leichtem gepäck was das in einigen einigen dingen leichter haben wir sehen uns im nächsten video bis dahin ciao so so so